So, hallo liebe Leute, euer Nicky hier von Nicky's BoxEyes. Dann sind wir wieder bei Deadline Directors Cut. Ja, wir sind immer noch in diesem Labyrinth. Wir wurden jetzt hochgefördert von dem Typen. Und wir wollen uns irgendwie gegenseitig einen Gefallen tun. Genau. Schauen wir mal, was noch so geht hier. Wie komme ich denn da dran? Hallo. Kann ich das da runterballern? Oh, wow. Eine Ehremedaille vom Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser verrückte alte Mann war vor langer Zeit... Ja, genau. So. Hier ist noch ein Medikit, brauche ich aber nicht. Kann ich da hoch? Nein. Okay. Wie lange ist es, seit du außerhalb sahst, Mr. Wayne, um einen Schalter aus dem Chaos zu machen? Ähm... Ich habe jetzt den Schalter betätigt, um... Schaffe ich so einen krass langen Sprung? Weil da oben an der Kante ist eigentlich auch noch ein... So ein Pfeil, wenn ich stehen bleibe. Da oben links. Aber... Wie... Wie... Okay. Gut, jetzt sind wir ziemlich weit oben. Was macht er jetzt da? Was machst du da, Old Man? Na, auf hier, die Scheiße. Ich glaube kaum, dass ich da jetzt rüberkommen will. Ach, guck. Jawohl. Wie? Ach. Ja, äh. Gut, das heißt, ich muss hier noch irgendwas machen, damit ich da auch rüberkomme. Das Roto eines jungen Soldaten, der mit seinem Gewehr mitten in einem tropischen Dschungel steht. Das Bild ist schon verblasst, aber die Schrift kann man auch lesen. Da, nach 68. So, jetzt haben wir hier noch eine Kiste und mit der kommen wir doch bestimmt weiter. Oh, stopp. Gut. Zack, jetzt können wir da auch so rüber. Ähm, aber irgendwie nutzt das noch nichts. Muss ich das Ding überall mit hinnehmen jetzt? Mein bester Freund, die Holzkiste. Tatsächlich. Dann brauche ich den jetzt immer noch. Denkiste. Dash. Geht er erst mal hoch. Obwohl ich hier irgendwas machen kann. Ups. Das war richtig. Cool. Da gibt's noch irgendwas zu holen. Eine alte Illustration. Achso, ich spreche jetzt mit ihm. Was ist das mit dem blöden Labyrinth? Schön wär's. Upanetz. Irgendwo unter der Stadt. Wie sieht der aus, ne? So nicht. Das wär' ein komischer Sohn. Keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Jeder so scheiß Kritzelein an der Wand. Diese Drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Hep. Hep. So, Wasser. Tiefer. Ist gut. Das werden wir gleich sehen. Oh, kurzer Leck. Und es bringt überhaupt nichts. Oh, fuck. Achja. Das war ja doch offensichtlich. Wow, 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 wow. Also, das war's noch nicht. Ehrlich gesagt, nervt der Typ mich ein bisschen. Schickt mich hier durch seinen scheiß Labyrinth. Echt? Ich soll seinen Kack-Sohn finden? Gucken, was ich davon habe. Nein. Wie war ich gerade? Ach, Mann. Ah, es geht von alleine zurück. Hep. 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 Ah, ich sehe da was. Etwas blockiert die Maschine. Ähm. Ja. Oh, Mann, ey. Ich bin stumpf, aber egal. Da oben ist aber auch noch was. Ach, komm. Ah. Fuck. Was zur Hölle? War das eine Falle? Oder kann ich noch irgendwo anders hin? Oder? Ah. Verarsch. Ich glaube, das Spiel will mich wieder verarschen. Das habe ich doch gerade genauso gemacht. Und dann bin ich gestorben. Das ist Spiel, ne? Das ist ja, wie gesagt, das ist ja cool. Aber... so strange manchmal. So, ohne weiteres komme ich da. Ach ja, okay. Mein Freund und Helfer. Ich meine, wenn ich das Wasser jetzt wieder hoch mache, dann müsste die Kiste schwimmen. Ob ich dann so weit springen kann, ist die nächste Frage. Das ist schon ein mutiger Sprung. Und der nicht klappt. Yeah. So, okay. Dann schätze ich weiter zu tun ist. Ein bisschen weiter hierher. Sollte ich doch jetzt schaffen. Halt dich doch an der Kiste fest, Junge. Nein. Halt dich denn. Na also. Hä? So. Sind wir hier? Da fuk? What da fuk? Ich weiß ja nicht, aber irgendwie ist das jetzt komisch hier. Was ist denn das für ein dummer, dummes Rücksetzsystem? Eben war die Kiste die ganze Zeit da oben, ich schon hier vorne, wo ich sie hingetan hab. Jetzt sterbe ich weiter vorne und ich werde weiter zurückgesetzt. Gott, entscheide ich doch mal, Spiel. Ich glaube kaum, dass ich von der Leiter da dran komme. Wenn, dann ist hier, hier ist doch extra der Gang, damit ich damit ich Anlauf nehmen kann. Oh, verarsch mich doch nicht, Spiel, bitte. Er... ... ... Ich hole gleich. Nein, wieso ist die Kiste jetzt da? Hallo Spiel, hallo Spiel, werd doch nicht einfach schwarz. Das Spiel ist einfach schwarz geworden. Joa. Joa, ich hab eigentlich keine Lust mehr, dass du mich jetzt spielst. Danke Spiel, verarsch mich einfach die ganze Zeit. Ich bin bald so weit, dass ich sage, unangeschränkt Müllempfehlung. Es ist immer noch schwarz oder was? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Jaaa, super. 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 Super.